Hallo Hannes, ich bin draußen auf der Straße und fühle dich jetzt einmal durchs Haus. Das ist das große vom Roel, daneben ist mein kleines, wir gehen einmal hinein. Es ist total katschig, es hat zwei Tage geregnet. Da gibt es ein kleines Geschäftchen noch. Da kaufen die Leute manchmal was, sehr praktisch, da kann man die Sachen gleich mitnehmen. Ja, so gehen wir rein einmal. Das Haupttor. Da ist unser Hof, wo wir gespielt haben. Aber ich zeige jetzt erst einmal mein Haus. So, wir gehen einmal rein. Ich hoffe, das Drehtau steht gleich. Mein Fahrrad. Das ist meine Wasserflasche, ein paar Gallonen. Da gibt es einen Kocher, aber der funktioniert nicht. Beziehungsweise die Glasflasche ist zu teuer. Ja, ja. Dann meine Sachen. Kühlschrank riesig. Da natürlich der Altar vom Roel. Schönste. Ja, das freut mich ganz besonders. So, warte einmal. Ich schwenke zurück, gebe die Vorhänge zu. Damit die Leute nicht dann beobachten, wenn ich arbeite. Schau her, da ist mein Arbeitsplatz da. Ja. Unter der Stiege. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt war Fenster. Der Roel hat sofort, wie ich gekommen bin, die Fenster schon her. Die Fenster vergitern lassen. Gelegenheit macht Diebe. Das heißt, da kann überhaupt nichts passieren. Alles ist verkittert worden. Der Computer ist sehr wertvoll. Gut. Gehen wir so rundherum. Das ist die Rückseite von meinem Arbeitsplatz. Dann haben wir hier das Badezimmer. Da drehen wir es nicht auf. Badezimmer mit Dusche. Den Spiegel habe ich alles gekauft. Da war nichts da. Genau. Einfach funktioniert alles. Und das Häusl. Da macht man auch noch auf. Ja. Super. Mit Wasser und Wasser. Alles funktioniert. Gut. Und jetzt gehen wir rauf. Eine Runde durch. Da geht es die Studie rauf. Und da geht es zu mir hinein. So. Die drehen wir mal um. Das ist also ein Doppelstockbett. Da habe ich mir die zweite Matratze genommen, weil mir schon alles weh getan hat. Dann machen wir es immer gemütlich. Das ist meine Spielwiese. Mit allem drum und dran. Ja. Da schauen wir wieder den Hof runter. Und jetzt drehen wir ihn einmal um. Und da hinten schauen wir gleich zu den Schweinln runter. Die hören wir immer kruzen. Warte einmal. Mal bücken. Und wo sind die Schweinln da? Hier. Genau. Die Kleinen haben gerade getrunken. Totale Gatschpartie, wo sich die Sau wohlfühlt. Und auch so eine Sau muss man mal haben, oder? Haha. Okay. Ich gehe jetzt wieder runter. Ja. Ja. Da besuche ich einmal das Katzehaus. Oh ja. Ist noch alles total nass und katschig. Deswegen kann ich auch das Fahrrad nicht verwenden. Es hat keine Kottvögel. Nichts. Aber wurscht. So was auf Voraussienhof. Das ist in John sein Mutter. Das kann ich ihm ausburgen, wenn er es nicht braucht. Da ist unsere Paar. Schau her. Das ist schon fertig. Da hat der Rawell gestern betonieren lassen vorgestern. Schau. Das wird die Bühne für das Schlagzeug. Da ist schon einiges da. Da steht eine alte Karaoke-Maschine. Eine Ausbautorte. Ja. Und jetzt gehen wir ins Haus rein. In das Haubhaus. Da drüben ist gleich ein riesiges Anwesen. Ich glaube, ich gehört an Belgier. Mit einem Gewächshaus. Siehst du da drüben. Ja. Das ist ganz ruhig da. Jetzt schauen wir rein. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Es wird jetzt ziemlich dunkel. Schau. So. Das ist der Fender. Auf der Gitarre benannt. Schwester von der Presse. Die macht das Haus sauber. Beziehungsweise ein Teil von der Küche. Da essen wir immer. Das ist die richtige Küche mit Holzfeuer und so weiter. Wäsche waschen. Die Frauen. Ja. Jetzt gehen wir rauf. Hi. Hi. Das ist das Haubhaus jetzt. Da haben wir einen Journal in Skow. Wir sind gerade beschäftigt. Ich zeige nur meinen Freund Hannes. Ein Video. Ja. Das er kann sich introduce. Okay. Hallo Hannes. Wie geht's? Wie geht's? Philippines. Sehr gut. Okay. Komm schon. Komm schon. Bring mir die. Johannes. Ja. Bring mir die Mädchen hier. Okay. Okay. Dann ist schon immer mehr. Jetzt sind wir im ersten Stock oben. Und jetzt schauen wir auf die Straße runter, wo ich vorher meine Tour begonnen habe. Scheint endlich mal die Sonne. Und dort drüben, in der Richtung, wo ich jetzt da hinschaue, ein Stück weit da vorne ist das Weg direkt rüber zum Hobhoms. Aber da gehe ich dann nachher mit dir zu Fuß rüber mit der Kamera, damit du dich auskennst. So. Dann gehen wir wieder runter. Ein riesiges, offenes Gebäude. Alles Natur. Überall Schlafgelegenheiten. Und natürlich super. Also du hast jede Menge Platz zum Schlafen. Ich hoffe, du kommst bald zu uns. Das ist die Ansicht nach hinten. Das ist das Gewächshaus. Zum Nachbarn. Ja. Riesige Hütten. Ich habe dann schon etwas am Ernsthausgeben auch nicht gebraucht. Das brauche ich sicher mein ganzes Leben nicht. So ein Schloss wieder drüben. Ja. Und dann gehen wir wieder runter. Ja. So. Jetzt sind wir draußen. Damit ist die Führung auch beendet. Damit das Video nicht zu lange wird. Das ist auf jeden Fall die Kawasaki super vom Ton und auch vom Skrub. Die dreht richtig was weiter. Schönes Motorradl. So was kann man brauchen. Schön gepflegt. Wunderbar. Ja. Ja.